So siehst du, wieder eine Perücke von unserer Kati Böhm, diesmal dunkelblond, das ist eine von denen besonders steht und ich auch hier so ansehen kann. Sieht dann klasse aus, das weiß ich. Die Klasse aus. Absolut klasse aus. Ja, es ist eine kleine Klasse aus. Sieht dann über die Klasse aus. Der Klasse aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute.